Sauerstoffmangel, schädliche Gase, Schmutz und Hitze belasten Ihre Mitarbeiter und Maschinen. Schlechte Lüftungs- und Temperaturverhältnisse müssen nicht zu Ihrem Alltag gehören. Mit maßgeschneiderten Sanierungsplänen und intelligenten Lüftungskonzepten lösen wir schnell und individuell Ihre Probleme. Roda bringt Frischluft an Ihre Arbeitsplätze. Wir schaffen gesündere Gebäude mit ausgeglichener Raumluftqualität. Wir sorgen für mehr Produktivität, Sicherheit und Lebensqualität. Entscheiden Sie sich jetzt für Ihren Problemlöser, starken Partner und Experten in den Bereichen Rauch- und Wärmeabzug, industrielle Lüftung und Tageslichttechnik. Atmen Sie durch, dank Roda.